Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Akinator Und heute suchen wir mal Star Wars Figuren Und wir können auch gerne unterschreiben, welche Figur ich mal suchen soll Und ich hoffe wir doch heute suchen wir mal Star Wars Figuren Als erstes, wie passend, aber... Star Wars Vader Ja, die Figur ist da Böse Die kriegt eine Maske The Fosters? Nein Glutides? Nein 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 Trägt ein Helm? Ein Lichtwert? Ja Natürlich das wieder Oh damn Bestimmt für das beste Build Ich würde mal das hier oder das hier nicht Sieht so langweilig aus Hab ich nicht Naja Jetzt suchen wir mal Lux-Görbe hoch Er trägt keinen Helm Keinen Bart Er trägt ein Lichtwert Er trägt nicht mit A an Noch nicht grün Ist ja nicht bei Nintendox zu sehen Er hat eine Schwester aus Armenien? Nein Er trägt nicht getötet Getötet Ja 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 Ist richtig Von 7 bis 4.000 Mal gespielt, ey Ach, das nächste wollen wir mal We Van Kenobi Okay Ähm... Nein, er trägt keinen Helm Zwingt mit A an Er hat ein Lichtwert Ja, ein Bart hat auch Ein blaues Lichtwert Das ging schnell Fünf Fragen Ist ja ein ganz schneller Ja War schon 13.000 Mal gespielt, ey Boah, heftig Ähm... Ich nöste es ja mal C.L.H.P.O. Ich hoffe, das wird schwierig Spielt den Figur die Rolle als böse Witz? Nein Er trägt keinen Bart Hat er eine Figur der Mutter verloren? Nein Ein auch kein Lichtwert Er hat keine Schuhe Er ist eine neue Mutter, ja Ja Nein Nein Ein Doktor Ich weiß es nicht Er ist noch nicht sehr klein Er hat eine Figur in Rot als Freund Ja Doch kein Arzt Ja C.R.P.O. Richtig Boah, der wurde aber schon 21.000 Mal gespielt, ey Ich würd mal sagen, das ist nochmal Als wäre der D2, ne Ich würde uns da was mitgespielt Ja Nicht böse In Soko Leipzig Nein In Soko Leipzig Ich würde mich nicht spüren, er hat auch keine lange Haare Einen Helm, ja Kann man ihn nennen oder Ist er eine Figur ein Mensch? Nein Er richtet eine Figur Physik bzw. Er ist ein Roboter Ist er eine Figur Schwarz, weiß, blau Nein. Ja, er ist klein. Er hat auch kein Betriebssystem. Ist ja auch bei der Figur rot. Nein. Ja, er hat rot als Freund. Und er hat 2D2. Natürlich. Jawoll. Nice, nice, nice. Boah, der wurde mehr als ich habe. Er wurde einfach schon mehr als ich mit Scarewalker gespielt, glaube ich, ey. Boah, hilflich. LOL. Okay, ich will mal sagen, als Aufschluss machen wir einfach nochmal mich. Aber mich findet ich glaube nicht immer. Ich hab doch gar nicht gehört. Ich hab nur 4 Haare am Kopf, ich hab schon. Ich war nur nicht auf einem anderen Planeten. Ich bin männlich. Ich hab noch keine Zeichentrickfilm wie nur ich. Ich bin auch nicht in einer Kilo für mich. Nein. Gut geworden bin ich auch nicht. Ich hab ein Handy. Ja. Ich will auch nicht berühren, hab ich das mal gesagt. Ich hab ne Figur aus meiner Familie. Ich wette mal, wenn ich selber bin, schau ich aus meiner Familie. Ja. Ich bin auch nicht älter als meine Familie. Ich bin nicht älter als mir selber. Ja, ich bin immer so alt. Ich bin nicht über 18. Ich bin ab 5. Ich bin auch nicht bei Lightroom Standing 2. Ich hab keine roten Locken. Ich hab nur die Figur. Die Figur YouTube-FSC, ja. Reviewss- Ich hab Mod-Vorstellungen. Mod-Mod Reviews. Ja. Kein 스�・Lens-Bruder. Bist du blöd, ne? Nein. Ich denke, ich liebe mich zusammen. Hat dein Figur je Five Fights Freddy's gespielt? Nein. Ich hasse Five Fights Freddy's. Ich hasse es einfach. Will ich auch niemals spielen? Also, nein. Spiel dein Figur beim FC Bayern München? Will ich zwei gerne, aber ich spiele sie dann nicht. Drei. Hast du mir gedacht, aber ich denke, dass ich mich frei ist. Ich dachte, du bist so blöd, ne? Ja.